Herzlich willkommen zu einem etwas längeren One-Shot namens Familienessen von Kisosu geschrieben. Es geht um Fred und Hermine. Viel Spaß! Kapitel 1 Veränderung Es war Sonntag und wie jeden Sonntag macht Hermine sich fertig. Es war kurz vor 11 Uhr und sie musste nur noch ihre Schuhe sowie den Mantel anziehen und dann würde sie zum Fuchsbau apparieren. Sie hatte sich eine Wohnung in Mugge-London gekauft, damit auch ihre früheren Freunde sie besuchen konnten. So hatte sie jedoch keinen Kamin und schon gar nicht eine Verbindung zum Flohnetz. Sie zog sich ihre Klamotten an und rief sich das Bild von dem krummen Haus in Erinnerung und mit einem Plopp landete sie auf der Wiese vor dem Haus. Sie ging den Weg zum Eingang des Hauses und kramte schon mal in ihrer Tasche. Irgendwo muss es doch sein! Dann fanden ihre Finger das Objekt ihrer Begierde und zog es aus der Perlenhandtasche. Sie war vor ein paar Tagen mit einer alten Freundin shoppen gewesen und hatte einen kitschigen Krimskramsladen eine Quietscheente entdeckt. Die Ente hatte rote lockende Haare und auf dem Gesicht war ein Clownsgesicht gemalt. Zudem hatte es in den Händen oder Flügeln eine Tröte und einen Ballon. Als sie die Ente sah, konnte sie nicht anders und musste an Mr. Weasley denken und sie ihm als kleines Geschenk mitbringen. Sie klopfte an die Tür und ein großer, schmal gebauter Mann öffnete diese mit einem undurchdringlichen Blick. Hermine begrüßte ihn fröhlich. Hey Fred! Und umarmte ihn. Hey Hermine! Antwortete er und trat dann beiseite, um sie ins Haus zu lassen. Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Fragte sie, als sie ihn näher musterte. Ach nichts, wir haben jetzt nur schon wieder eine andere Sitzordnung. Dabei verdrehte er genervt die Augen und geleitete sie in das Wohnzimmer, wo sich alle anderen, abgesehen von Molly und Fleur, versammelt hatten. Hallo! rief die Brünette in die Runde und hob eine Hand zum Winken. Ginny schlängelte sich zu ihr, um sie in eine innige Umarmung zu ziehen. Hey Mine! Dann kamen auch Harry und Ron und wiederholten mehr oder weniger euphorisch die Begrüßung. Die Gespräche gingen weiter und so konnte Hermine Ginny beiseite ziehen, um in Ruhe mit ihr zu reden. Tu Ginny, was ist denn mit Fred los? Er sah heute irgendwie geknickt aus und sagte auch noch irgendwas mit einer neuen Sitzordnung. Ach Mine, der ist einfach nur gekränkt. Man war einen Abend irgendwie komisch drauf und hat dann angefangen, die Küche umzuräumen und dabei kam ihr die Idee, auch die Sitzordnung anzupassen. Sie hat danach Paaren sortiert, also ich sitze neben Harry, Ron neben Lavender, George neben Angelina und so weiter. Und erst später ist ihr aufgefallen, dass Fred und du keinen Partner habt und so wurdet ihr am Ende des Tisches platziert. Aber das ist doch nicht schlimm. Ich mag es eh nicht zu sehr, in der Mitte zu sitzen. Da wird man von allen Seiten beschallt, lächelte Hermine. Ja, das stimmt, aber Fred ist gekränkt, dass nur, weil er in keiner Beziehung ist, einfach übersehen wird. Ach so, das tut mir leid. Aber vielleicht bekomme ich ihn ja beim Essen ein bisschen aufgemuntert. Dann wandten sich die beiden Frauen wieder der Gruppe zu und versuchten, sich mit in das Gespräch einzubringen. Arthur begann über das Ministerium und die Muggelsachen, welche sie gefunden hatten, zu reden. Da fiel Hermine wieder die Ente ein, die sie durch das Ganze hin und her fast schon wieder vergessen hatte und schnell hatte sie diese wieder in ihrer Hand. Arthur, ich war die Woche in Muggel-London shoppen und da habe ich was gefunden, was ich dir geben möchte. Sie überreichte ihm die Ente und er schaute skeptisch auf das gelbe Plastik. Danke, Hermine, das wäre aber nicht nötig gewesen. Wofür ist das denn? Ist das vielleicht so ein Ding, was die Muggels sich auf den Kopf setzen? Hermine lachte, als der älteste Weasley sich die Ente auf den Kopf setzte. Nein, nein, das ist eine Badeente. Die ist dafür da, wenn man in die Badewanne geht, kann man die auf das Wasser setzen und sie schwimmt darüber. Manche Leute sammeln die aber auch oder benutzen die als Deko, versuchte sie den Sinn zu erklären. Okay, und was macht die dann auf dem Wasser? Aber da kamen auch schon aus der Küche die Worte, Essen ist fertig! Alle setzten sich in Bewegung und gingen an den langen Testtisch. Ach, Hermine, schön, dass du da bist, kam Molly auch schon freundlich auf sie zu und zog sie in eine enge Umarmung. Als die Ältere sich löste, musste Hermine erstmal kurz durchatmen. Ich habe ein bisschen umgeräumt, ein bisschen Abwechslung ist ja auch mal gut. Meine Liebe, du sitzt da vorne, sie zeigte auf den letzten Stuhl. Neben dir sitzt Percy und gegenüber ist Fred. Ich hoffe, das ist okay? Natürlich, ich bin doch immer dankbar dafür, dass ich überhaupt kommen darf. Da ist mir egal, wo ich sitze, solange es an dem Tisch ist mit deinem leckeren Essen, schmeichelte Hermine sich ein wenig ein. Dann ging sie an den anderen Stühlen vorbei, an denen schon die meisten sich hingesetzt hatten. Sie schob ihren Stuhl zurück, setzte sich und rutschte dann nach vorne, um nah genug an dem Tisch zu sitzen. Fred hatte sich schon ihr Gegenüber gesetzt und schaute missmutig den Tisch herunter. Hey, das ist doch gar nicht so schlimm, versuchte die Hexe ihren Gegenüber beizupflichten. Ja, aber kacke, wenn man nur hier sitzt, weil die eigene Mutter einen vergessen hat, nur weil man in keiner Beziehung ist. Guck mal, selbst Ron sitzt näher am Essen und wenn bei ihm eine Schützel vorbeigeht, ist die danach leer. Hermine lächelte sanft. Naja, wir müssen halt noch auf unsere Figur achten. Nicht, dass wir so jemanden wie Ron mitbringen müssen, lachte sie ihn an. Das brachte Fred dazu, nun auch zu grinsen. Ach Hermine, du musst dir da keine Sorgen machen, zwinkerte er ihr zu, sodass ihr eine leichte Röte in die Wange stieg. Aber dann solltest du doppelt so vorsichtig sein, immerhin muss das ja irgendwie in euren Genen liegen. Er fasste sich theatralisch an seinen Bauch und schaute sie gespielt besorgt an. Findest du etwa? Dann strich er über seinen ausgestreckten Bauch. Also, ein bisschen weniger wäre nicht schlecht, neckte sie ihren Gegenüber. Was willst du denn noch? Brauche ich ein Sixpack, um dich glücklich zu machen? fragte er mit einem breiten Grinsen. Hermine tat, als würde sie überlegen und streichelte ihren imaginären Bart. Also, es würde mich nicht unglücklicher machen, grinste sie und schaute ihn dabei in seiner strahlenden grünen Augen. Dann will ich dich mal nicht unglücklicher machen, grinste er schelmisch und hörte auf seinen Bauch rauszustrecken. Dabei streichelte er ebenfalls nochmal über sein Shirt, sodass Hermine die Konturen seines Sixpacks erkennen konnte. Als sie ihm dann wieder ins Gesicht schaute, zwinkerte er ihr nochmal zu, bevor er den Augenkontakt abbrach und eine Schüssel mit Klößen nahm. Die restliche Zeit unterhielten sie sich über den Scherzartikelladen oder das Ministerium und die Arbeit. Hin und wieder mischten sie sich auch in die Gespräche der anderen ein. Nach dem Essen gingen alle wieder ins Wohnzimmer, um sich dort nochmal ein wenig zu unterhalten. Es war 16 Uhr, als Hermine sich als Erste von allen verabschiedete, da sie doch einige Unterlagen für die Arbeit durcharbeiten musste. Die Woche verging ohne besondere Ereignisse. Ihre Arbeit im Ministerium dauerte immer bis spät abends und so setzte sie sich meistens mit einem Tiefkühlgericht in den Sessel und das während dem Essen ein Buch. Dabei vergaß sie auf die Zeit und so kam es nicht selten vor, dass sie erst am nächsten Tag ins Bett ging und dann mit zu wenig Schlaf wieder auf der Arbeit war. Am Samstag holte sie deshalb gefühlt den ganzen Schlaf nach und verbrachte den Großteil des Tages im Bett. Am Abend ging sie dann noch kurz auf die Straße, um einen kleinen Spaziergang zu machen und etwas frische Luft zu tanken. Bei ihrem Spaziergang lief sie an einem Kiosk vorbei. Dieser hatte im Fenster eine Pyramide aus Guinness-Six-Packs stehen. Hermine entschied sich kurz entschlossen, dass sie eins dieser Muggelbiere für Fred holen würde. Damit Hermine ihm zeigen konnte, was für Six-Packs es sonst noch so gab und welche sie den meisten Männern sogar vorzog. Bei dem Gedanken kicherte sie leise und ihre Wangen wurden wieder rot. In der Wohnung wieder angekommen, packte sie das Bier sofort in ihre Perlentasche und warf zuvor noch einen Kühlzauber auf die Dosen. Am darauffolgenden Morgen machte sie sich wieder fertig und apparierte zum Fuchsbau. Wie schon am letzten Sonntag waren alle schon da. Fred öffnete die Eingangstür an dem Tag mit einem Lächeln, was Samine freute. Endlich hat der Zwilling sich wieder einbekommen. Dann trat sie in das Haus ein und ging wie jedes Mal in das Wohnzimmer, um die restliche Familie zu begrüßen. Am Essenstisch stieg ihr der Geruch des köstlichen Essens in die Nase und sie füllte ihren Teller mit reichlich Essen. Endlich mal kein Tiefkühlfraß. Ihr Gegenüber saß ein breit lächelnder Fred Weasley und schaute sie einfach nur an. Verwundert fragte sie, »Was ist? Habe ich was im Gesicht?« »Hä?« kam es nur von ihrem Gegenüber. »Was guckst du so?« fragte sie erneut. Der anscheinend in einem Tagtraum gefangenen Zwilling fing sich wieder und antwortete im Lockenkopf, »Ach, ich habe nur nachgedacht.« »So, so? Und worüber?« fragte sie neugierig. »Ach, nichts Besonderes,« grinste der Rothaarige sie an und versuchte, dann das Gesprächsthema zu wechseln. »Und? Wie war deine Woche?« »Anstrengend, hab viele Überstunden auf der Arbeit gemacht. Und deine?« »Oh, der Laden läuft super. Und sonst war es nichts Besonderes.« Nach einem bisschen weiterem Smalltalk widmeten sie sich ihren Tellern und hörte nur teilweise den Gesprächen der anderen zu. Als sie beim Nachtisch angekommen waren, unterhielten sie sich wieder über Merlin und die Welt. Es war ein sehr intensives Gespräch, sie lachten und diskutierten über die verschiedenen Themen, sodass sie die anderen schon fast vergessen hatten. Doch nur fast, denn nach ein paar weiteren Stunden verabschiedeten sich auch schon die meisten, doch Fred und Hermine redeten einfach weiter. Bis es letzten Endlich auch Molly zu spät wurde und die beiden Quatschtanten aus dem Haus schmiss. »Ihr müsst morgen beide wieder arbeiten! So gerne ich euch auch hier habe, aber es wird langsam Zeit, zu Bett zu gehen!« Fred schnaubte nur und antwortete ihr, »Mom, ich habe einen eigenen gut laufenden Laden. Ich kann selber entscheiden, wann ich aufstehe und George ist auch noch da.« »Tja, das ist ja noch viel schlimmer. Du kannst doch nicht alle Verantwortung auf George abwälzen!« Die beiden lachten, als Molly mit den Worten die Tür hinter ihnen schloss und gemeinsam gingen sie dann zur Appariergrenze. Hermine drehte sich zu Fred um und umarmte den um mindestens eineinhalb Köpfe größeren Mann und löste sich dann hastig wieder von ihm. »Ah, ich habe da noch was für dich!« sagte sie schnell und kam in ihrer Handtasche nach dem Bier. Als sie die kühlen Dosen an ihren Fingern spürte, umfasste sie diese schnell und zog sie heraus. »Hier, damit du weißt, auf was für ein Sixpack ich auch stehe!« Mit den Worten zwinkerte sie ihm noch einmal mit einem verführerischen Lächeln zu und mit einem Plopp war sie dann auch schon verschwunden. Und ein überraschter und etwas verwirrter Fred blieb zurück, in der Hand sechs schwarze kühle Dosen, welche durch eine Pappe umschlagen waren. Kapitel 3 Gryffindormut Die Wochen vergingen und so auch die sonntäglichen Weasley-Familien essen. Hermine und Fred unterhielten sich immer gut miteinander und flirteten hin und wieder auch ein bisschen. Es war der fünfte Sonntag nach der Sitzplanänderung und Hermine dachte schon viel zu oft an den Zwilling. Als sie sich letzte Woche voneinander verabschiedet hatten, gab Fred ihr einen leichten Kuss auf die Wange. Dieser war so unschuldig und hatte doch so viel in Hermine ausgelöst. Sie konnte einfach nicht anders und dachte immer wieder daran zurück und wie gut sich seine Lippen auf ihre Haut angefühlt hatten, so weich und warm. Sie musste etwas machen, aber was genau das sein sollte, wusste sie nicht. Den Abend zuvor hatte sie sich mit einer alten Schulfreundin aus der Grundschule getroffen und ihr die Situation ein wenig geschildert. Elena musste immer wieder kichern, da Hermines Gesicht sich immer wieder errötete und sie schüchtern ihre Hände knetete. Aber letztendlich hatte Elena die Situation immer wieder aufs Neue analysiert und Hermine zu bestimmten Sachen regelrecht verhört. Sie kam zu dem Entschluss, dass jetzt, wo der Ältere den ersten Schritt mit dem Wangenkuss gemacht hatte, Hermine ihm, wenn sie denn wollte, auch ein Zeichen ihres Interesses geben musste. Gemeinsam hatten sie verschiedene Möglichkeiten durchgespielt und waren zu keiner zufriedenstellenden Idee gekommen. Nachdem sie sich fast drei Flaschen Wein geteilt und ein paar Filme geguckt hatten, schliefen beide auf dem Sofa ein. Und nun lag sie auf ihrem Sofa mit Kopfschmerzen und noch Restalkohol in ihrem Blut. Elena, die den Alkohol eindeutig besser vertrug, machte ein kleines Frühstück und brachte ihr Kaffee vorbei. Es war kein sonderlich nährreiches Frühstück, aber es reichte vorerst. Und wenn Elena gegangen war, würde sie einen Katertrank trinken und ihr würde schnell wieder besser gehen. Es war 10 Uhr und Elena hatte sich gerade verabschiedet, da lief Hermine zu ihrem Medizinschränkchen und suchte nach dem passenden Trank. Sie fand leider keinen Katertrank, jedoch hatte sie zum Glück noch einen Gegenkopfschmerzen. Der würde zwar nicht den Restalkohol aus ihrem Körper spülen, aber immerhin würde das Pochen ihres Kopfes weniger. Sie duschte sich noch schnell und richtete sich dann für das Familienessen her. Als die Brünette sich gerade die Schuhe anzog, erinnerte sie sich an die Worte von Elena. Du musst ihm nun auch zeigen, dass du Interesse hast. Und nun überlegte sie, wie sie das anstellen sollte, ohne zu auffällig und offensiv zu sein. Doch dann entschied sie sich, auch wenn das so gar nicht ihre Art war, spontan zu entscheiden. Im Fuchsbau angekommen, wurde sie wieder freundlich begrüßt. Sie unterhielt sich im Wohnzimmer mit ihren Freunden über die Woche und erzählte von dem gestrigen, feuchtfröhlichen Abend. Ginny hüpfte aufgeregt auf sie zu und überredete Hermine nächsten Samstag auch wieder mal ein Mädelsabend mit ihr zu machen. Hermine nickte nur und bemerkte dabei, wie ein bestimmter Weasley-Zwilling ihr verstohlene Blicke zuwarf. Sie grinste innerlich und dies ließ ihren Mut ansteigen, während Ginny schon Pläne für das nächste Wochenende machte. Am Tisch führten Fred und sie nur kurz einen Smalltalk, als sie sich dann den Gesprächen der anderen widmete. Fred bemerkte ihre Zurückhaltung gegenüber ihm und runzelte die Stirn. Er dachte, Hermine und er hätten einen guten Draht zueinander und dass es vielleicht auch sonst noch mehr zwischen ihnen war oder hatte er sich das nur eingebildet? Tief in Gedanken versunken, bemerkte er nicht, wie Hermine kurz zu ihm sah und dann frech grinste. Sie wusste, dass sie ihn gerade verunsicherte und so fasste sie all ihren Gryffindor Mut zusammen und streckte unter dem Tisch ihr Bein aus. Auch weil der Tisch recht lang war, war er umso schmaler und so konnte sie ganz bequem ihren Fuß auf seinem Stuhl ablegen. Mit nochmal einem prüfenden Blick wandte sie ihren Kopf wieder dem Gespräch von Percy zu und legte dann ihre Fußspitze auf seinen Schritt. Ihr Gesichtsausdruck blieb völlig entspannt, als Fred ihren Fuß in seinem Schritt bemerkte und sich an seinem Kürbissaft verschluckte. Fleur, die neben ihm saß, schlug ihm sanft auf den Rücken und wandte sich dann wieder von ihm. Hermine konnte seinen starren Blick auf sie spüren und doch machte sie keine Anstalt, ihn anzusehen. Stattdessen begann sie ihren Fuß langsam zu bewegen. Sie strich sanft von oben nach unten und erhöhte jedes Mal den Druck ein wenig, ging an seiner Oberschenkelinnenseite auf und ab. Auch wenn die junge Hexe es versuchte, doch ein leichtes Grinsen konnte sie sich nicht verkneifen. Sie folgte mit Leichtigkeit den Gesprächen, während Fred nur abwesend dasaß. Nach und nach merkte Hermine, wie sich etwas gegen ihren Fuß stemmte und sie versuchte immer wieder, sich dagegen zu stemmen. Der Zauberer nahm einen Bissen von einem Kürbispastet und musste dabei ungewöhnlich laut aufstöhnen. So laut, dass sie der ganze Tisch ansah, auch Samine, die versuchte mit aller Kraft, ein lautes Auflachen zu verhindern. Mom, das ist eine wunderbare Pastete! Was hast du denn da reingemacht? fragte er und versuchte von sich abzulenken. Mit skeptischem Blick antwortete Molly ihm, Danke, das ist dasselbe drin wie sonst auch, mein Schatz. Okay, aber heute schmeckt sie einfach besonders lecker. Dann verfielen alle wieder in die Gespräche zurück. Das Essen verging ohne weitere große Stöhnenattacken und bevor der Nachtisch serviert wurde, zuckermine ihren Fuß wieder zurück, blickte ihren Gegenüber jedoch weiterhin nicht an. Dieser war froh nicht mehr, diesen Druck auf seinem Penis zu spüren, aber er vermisste auch schon nach kurzer Zeit die Wärme, welche durch den Kontakt in ihm ausgelöst wurde. Während des Nachtisches konzentrierte er sich vollkommen auf die vor ihm befindlichen Speisen. Er versuchte nicht, in Gedanken abzuschweifen, was ihm meistens gelang, jedoch nicht immer, und dann sah er von seinem inneren Auge die bernsteinfarbenen Augen in Kombination mit einem schelmischen Lächeln. Das Essen war vorbei, und er hatte sich vorgenommen, Hermine zur Rede zu stellen, doch den schuldigte sich schnell und apparierte dann schnell nach Hause. Dann würde er sie wohl nächste Woche zur Rede stellen müssen. Kapitel 4 Ein kleiner Schreck mit Hermine kam mit rasendem Herzen zu Hause an und konnte immer noch nicht glauben, was in sie gefahren ist, dass sie so etwas getan hatte. Natürlich, es hat ihm gefallen, aber was hatte sie sich dabei gedacht, immerhin war er der Bruder von ihrem besten Freund. Immerhin war er der Bruder von ihren besten Freunden. Sie hatte gemerkt, wie er nach dem Essen auf sie zugehen wollte und um sie wahrscheinlich zur Rede zu stellen. Da hatte sie der Mut dann auch verlassen und mit einer schnellen Entschuldigung war sie wahrlich geflüchtet. Der Lockenkopf vergrub ihr Gesicht in ihren Händen und schüttelte sich verzweifelt, denn nächste Woche würde sie wieder zu dem Familienessen gehen und da gab es keine Ausrede für. Und so schmiss sich Hermine förmlich die Woche über in Akten und Arbeit, um nicht immer wieder an den Weasley-Zwilling zu denken. Das klappte auch soweit ganz gut, bis sie am Freitagabend einen Brief erhielt. Ja, er war zum Glück nicht von ihm, aber auch wenn er von Ginny war, musste sie unwillkürlich an ihn denken. In dem Brief stand nochmal, was Hermine alles für den Mädelsabend morgen einkaufen sollte und das war nicht gerade wenig Alkohol. Hermine machte sich somit am Samstagmorgen mit Beutel voller Wein, Sekt und Bier auf dem Rückweg zu ihrer Wohnung. Sie stellte die Getränke kalt und zauberte alles noch schnell sauber. Sie hatte jetzt noch knapp zwei Stunden, dann würde Ginny bei ihr vor der Tür stehen. So nahm sie sich ein Buch und kuschelte sich in den Sessel, um die Wartezeit zu verkürzen. Es klopfte an der Tür und Hermine schreckte auch von dem Buch auf. War es wirklich schon so spät? Sie schaute auf die Uhr und schnaubte überrascht. Dann ging sie zu der Haustür und öffnete diese schwungvoll. Ginny umarmte ihre Freundin stürmisch und lief dann geradewegs in die Küche, um dort ihre Sachen abzulegen und kam gleich mit einer Flasche Sekt und zwei Gläsern wieder. So, Mine, jetzt stoßen wir erstmal an auf unseren Mädelsabend. Mit einem Klirren stießen die beiden an und schon nach dem ersten Glas entspannte sich Hermine deutlich. Ginny hatte Pizza mitgebracht und dabei tranken die beiden Frauen Wein. Sie quatschten viel und so war es kein Wunder, dass auch das Thema Männer aufkam. Und Mine? Wie sieht es aus mit den Männern? Verlegen kratzte sich die Brunette am Kopf. Ach, ich weiß nicht. Na komm, mir kannst du es doch sagen. Naja, da gibt es vielleicht jemanden, aber ich weiß nicht, ob er es ernst meint oder ob er nur albern rumgeflirtet hat. Aha, aber du hast schon näheres Interesse. Ja, kann man so sagen. Er sieht gut aus, hat Humor und ich kann mich mit ihm auch super über ernste Themen unterhalten. Und? Hast du ihn mal nach einem Date gefragt? Ginny war bewusst, dass Hermine nicht sagen würde, wer der Mann war, solange sie nicht sicher war, was das zwischen ihnen sei. Hätte die Rothaarige nachgefragt, würde sie keinen Ton mehr aus Hermine zu dem Thema herausbekommen. Dafür kannte sie Hermine einfach zu gut. Nein, ich weiß nicht wie. Naja, es gibt da sowas, das nennt sich Mund. Und je nachdem, wenn du ihn öffnest, kommt da eine Stimme raus und diese kannst du mit Wörtern versehen, witzelte Ginny. Augenverdrehend antwortete Hermine. Ach nee. Aber was ist, wenn er Nein sagt und ich mir das alles nur eingebildet habe? Dann wird es bestimmt komisch zwischen uns werden. Mine, das Risiko musst du eingehen. Aber jetzt stell dir mal vor, er sagt zu und ihr versteht euch super. Kommt zusammen, heiratet, bekommt süße Kinder, das ist doch eine Möglichkeit, grinst die jüngste Weasley. Seufzend nahm Hermine noch einen großen Schluck von ihrem Wein. Ja, okay, ich überlege es mir. Und wie läuft es mit Harry? Versuchte Hermine nun das Thema auf Ginny zu rollen. Die jüngere Hexe strahlte. Super! Er ist so einfühlsam und versucht mir jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Ich hoffe, dass er mich bald fragt. Das wird er sicher. So wie Harry dich immer anstrahlt. Die beiden Hexen quatschten noch einige Stunden und leerten weiter Weingläser, bevor sich beiden in Hermines Bett kuschelten und einschliefen. Der Morgen kam und beide tranken einen Katertrank, den Hermine die Woche über gekauft hatte. Gemeinsam machte sie sich fertig, um dann etwas früher zum Fuchsbau zu apparieren. Hermine hatte komplett verdrängt, dass sie heute wieder auf Fred treffen würde, bis diese den beiden Frauen die Tür öffnete und sie erstaunt ansah. Guten Morgen, Brüderchen! begrüßte Ginny ihren Bruder. Hermine sagte etwas leiser, Guten Morgen! und er nickte sie nur an. Hermine fühlte sich immer unwohler in ihrer Haut, besonders nachdem sie die anderen Anwesen begrüßt hatte und Freds Blick auf sie spüren konnte. Es klopfte an der Tür, sodass Fred wieder aus dem Wohnzimmer ging, um Ron und Levin da hineinzulassen. Hermine nutzte den Moment und verschwand zur Toilette im vierten Stock. Sie sah sich im Spiegel an und konnte ihren Pult schnell am Hals schlagen sehen, dann atmete sie ein paar Mal durch und goss sich kaltes Wasser ins Gesicht, bevor sie die Tür öffnete und heraustrat. Sie schaffte es, ein Stockwerk herunterzugehen, als eine große Hand sie am Arm in ein Zimmer zog. Sie wollte vor Schreck schon laut aufschreien, da legte sich die andere Hand auf ihren Mund. Ihre Augen weiteten sich, als sie in die Grünen ihres Gegenübers sah und in ihrem Bewusstsein sickerte, wer vor ihr stand. Langsam löste Fred seine Hand von ihrem Mund. Was soll das? fragte Hermine, die immer noch zwischen einer Wand und Fred stand. Das könnte ich dir genauso fragen. Fred, lass das sein, zischte sie ihn an. Was? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab meine Füße immer schön bei mir behalten, schmunzelte er. Hermine senkte den Blick und wurde so rot, dass sie es mit der Farbe von seinen Haaren aufnehmen konnte und wich seinem Blick aus. Doch lange Finger legten sich unter ihr Kinn und zwangen sie dazu, ihn anzusehen. Mit einer sanften Stimme, die sie noch nie von ihm gehört hatte, sprach er zu ihr, Hermine, ich mag dich wirklich gerne. Mit dir kann ich gute Gespräche führen, ohne dass mir langweilig wird und lachen, bis der Bauch weh tut. Das kann ich in der Art nur mit George. Und du, du bist wirklich wunderschön, aber ich will das alles nicht aufs Spiel setzen. Ich kann diese Art von Beziehung nicht führen und besonders nicht mit dir, dafür mag ich dich schon zu sehr. Dann bist du auch noch die beste Freundin von meinen kleinen Geschwistern. Hermine, ich, bevor er auch nur ein Wort weitersagen konnte, zog Hermine ihn an seinem Hals runter und entschloss seine Lippen mit ihren. Überrumpelt von der Aktion entkam dem Weasley ein Stöhnen, welchen Hermine in ihrem Mund aufnahm. Automatisch schlossen beide ihre Augen und intensivierten den Kuss. Fred drängte die junge Hexe weiter an die Wand und sein Körper presste sich eng an ihren, sodass sie es war, die nun in seinen Mund stöhnte. Dies quittierte er mit einem Grinsen und leckte mit seiner Zunge über ihre Lippen. Diese eröffneten sich auch so gleich für ihn und Hermine krallte ihre Hände in die roten Haare. Freds Hände umschlungen ihren Nacken und mit den Daumen streichelte er sanft über ihre Wangen. Essen ist fertig! Halte die wohlbekannte Stimme von Molly Weasley durch den Fuchsbau. Und so lösten sich die beiden Lippen voneinander. Schwer atmend legte der Zauberer seine Stirn gegen Hermines und lächelte sie einfach nur an. Das Lächeln brachte er mir dazu, ebenfalls zu lächeln und sie fasste ihren Mut zusammen und stellte die Frage. Fred, willst du vielleicht mal mit mir was essen gehen? Klar. Dann gab er er noch einen flüchtigen Kuss, doch bevor er das Zimmer verlassen konnte, hielt Hermine ihn noch am Arm fest. Warte, deine Haare! Mit einem Wink ihres Zauberstabs legten sich seine Haare wieder ordentlich hin. Dasselbe tat sie dann auch mit ihren Haaren. Danke. Dann ging er schon mal voraus. Hermine blieb zurück und versuchte noch ihren Herzschlag zu beruhigen. Drei Minuten später ging sie dann auch aus dem Zimmer. Der Rest der Familie sah schon am Tisch und wartete auf sie. Als sie dann aussaß, begannen sich alle das Essen auf die Teller zu laden. Ginny musterte ihre beste Freundin eindringlich. Es war komisch, dass sie so spät zum Tisch kam. Dann bemerkte sie, dass Hermines Lippen irgendwie rötlicher und fülliger aussahen, so als hätte sie mit jemandem geknutscht. Auf der Stirn der jüngsten Weasley bildeten sich tiefe Furchen. Was war hier los? Hermine biss in eine Pastete, als sie einen verstohlenen Blick auf ihr gegenüber warf. Dieser schaute ihr ebenso in die Augen. Dann schaute sie noch ihren Bruder an und bemerkte, wie auch seine Lippen ein wenig angeschwollener waren als sonst. Und dann waren da auch noch die übertrieben ordentlichen Haare. Ginny klappte die Kinnlade runter. Das konnte nicht sein, dachte sie sich. Doch dann wurde sie auch schon von Harry aus ihren Gedanken gerissen. Hey, Gin, alles gut? Ich hab dich zweimal gefragt, ob du was von dem Salat haben willst, aber du hast nicht reagiert. Ach, Harry, alles gut. Ich hab nur nicht so Lust auf Salat und war in Gedanken versunken. Harry nahm die Antwort mit einem Nicken hin und reichte die Schüssel weiter. Das Essen verlief bis auf weiteres normal. Fred und Hermine redeten zwar nicht miteinander, warfen sich dafür aber immer mal wieder verstohlene Blicke zu. Die jedoch nicht vor den neugierigen Augen der Schwester und besten Freundin geheim blieben. Dies entschloss dem noch näher auf dem Grund zu gehen und nach dem Essen ihrem Bruder einen Besuch abzustatten. Es vergingen noch zwei Stunden, bis sich die meisten verabschiedeten, darunter auch Fred und Hermine. Ginny flote mit Harry nach Hause, dieser ging noch mal duschen. Schatz, ich muss noch mal los. Bin aber gleich wieder da. Muss nur kurz was mit Fred besprechen. Okay, viel Spaß. Ach, und kannst du mir vielleicht ein paar Bohnen mitbringen? Ja, mach ich. Und dann stieg sie in den Kamin und war verschwunden. Mit einem Satz war sie in Freds Wohnung und sah ihn auf dem Sofa sitzen mit einem Glas Feuerwhisky in der Hand. Na, großer Bruder, was gibt es denn hier zu feiern? Da der Ältere so in Gedanken versunken war, schrak er etwas zusammen und schaute dann zu seiner kleinen Schwester hoch. Hey, Gin Gin, was verleiht mir die Ehre, nachdem wir den ganzen Tag schon miteinander verbracht haben. Sie ließ sich neben ihrem Bruder auf das Sofa sinken. Na ja, ich wollte ein bisschen mit dir reden, das haben wir lange nicht mehr so gemacht und du wirktest heute so abwesend und ich dachte mir, vielleicht hat da ja eine Frau was mit zu tun, antwortete sie ohne Umschweife. Nee, alles gut bei mir und mit einer Frau hat es schon gar nichts zu tun. Ich habe nur über neue Produkte für den Laden nachgedacht, versuchte er so lässig wie möglich zu antworten. Okay, na dann. Hey, du sitzt ja Mine gegenüber. Sie hat gestern Abend irgendeinen Typen erwähnt, den sie gut findet, aber nichts Näheres. Hat sie dir vielleicht mehr erzählt? Ich will den Typen gerne auf links drehen, nicht, dass er ihr noch wehtut, fragte sie mit einem tückischen Grinsen. Kurz stockte er, doch versuchte sich schnell wieder zu fangen. Ähm, nee. Über sowas reden wir nicht. Dann fiel ihm ein, dass er Ginny ja nach Mines Adresse fragen könnte, aber wie, ohne dass es komisch kam. Du Ginny, wo wir schon bei Hermine sind, ich hatte ja noch versprochen, eins von unseren neuen Produkten zuzuschicken, aber ich habe vergessen, nach ihrer Adresse zu fragen. Kannst du sie mir vielleicht geben? Die kleine Hexe guckte ihn erst verwundert an, doch nickte dann. Sie ahnte sehr wahrscheinlich, dass es nicht um einen Scherzartikel ging und fand es süß, dass ihr Bruder versuchte, sie zu belügen. Und sie fand die Vorstellung von ihrem besten Freund und ihrem Bruder auch irgendwie süß. Klar, sie wohnt in Mugellondon, in der Patterson Muse, 35. Ich muss dann auch wieder los, wollte nur gucken, wie es dir geht. Beiden erhoben sich von dem Sofa und sie verabschiedeten sich voneinander und Ginny verschwand wieder, jedoch nicht ohne die Bohnen für Harry. Kapitel 5 Jetzt? Hermines Kopf dröhnte, doch nicht wie letztes Mal wegen des Alkohols, sondern weil sie so von ihren Gedanken und Gefühlen überwältigt wurde. Dann klopfte es an der Tür. Es war schon dunkel draußen und Hermine erwartete niemanden mehr, deswegen nahm sie ihren Zauberstab mit zur Tür und versteckte ihn hinter dieser, während sie sie langsam öffnete. Ihre Augen wurden größer und die Kopfschmerzen waren mit einem Schlag verschwunden, als sie den großen, rothaarigen Mann vor ihrer Türe stehen sah. Er grinste sie an und trat dann über die Türschwelle, als Hermine ein Stück zur Seite ging. Was machst du denn hier? fragte sie, nachdem sie die Tür wieder geschlossen hatte. Ich wollte mit dir reden, immerhin konnte ich eben meinen Satz nicht mehr beenden, sagte der Angesprochene und ging näher auf Hermine zu. Aber jetzt? Es ist schon spät und ich denke, wir müssen beide morgen wieder arbeiten. Er trat mit einem breiten Grinsen noch einen Schritt näher, sodass sie seine Wärme an ihrem Körper spürte. Ich glaube, George ist schon groß genug, um den Laden auch mal alleine zu öffnen und du solltest dir vielleicht auch mal wieder einen Tag freinehmen, ansonsten wirst du nachher noch krank. Dabei zog er eine Augenbraue hoch. Aber das kann ich nicht machen. Du hast schon viel gemacht, von dem ich dachte, dass du es nicht machen würdest. Danach leckte er sich über seine Lippen und Hermine starrte wie paralysiert darauf. Hm, kam Nolts Zustimmung von ihr. Und schon fühlte sie warme, weiche Lippen auf ihren. Es fühlte sich so gut an, so angekommen. Sie versuchte, den Kuss zu intensivieren, doch dann trennte sich der Zauberer von ihr und nahm ihre Hand, um sie in ihren Wohnzimmer auf das Sofa zu führen. Beide setzten sich und Hermine wollte wieder ihre Lippen auf seinen pressen, doch er hielt sie an den Schultern fest und schaute eindringlich in ihre Augen. Hermine, wir sollten vorher klären, was das hier zwischen uns ist. Enttäuscht, aber verständlich nickte sie und setzte sich richtig auf das Sofa. Also, Mine, was ist das hier? Dabei deutete er mit einer Hand zwischen ihnen beiden hin und her. Hm, ich weiß nicht, ich mag dich wirklich sehr, Fred, irgendwie gehst du mir nicht mehr aus dem Kopf, egal was ich versuche. Und als du mir dann den Sonntag zum Abschied auf die Wange geküsst hast, da ging so ein Kribbeln durch meinen ganzen Körper, sagte sie schüchtern und schaute die ganze Zeit auf ihre verschränkten Hände. Okay, und ich mag dich auch sehr. Wie ich heute Mittag schon gesagt habe, bist du eine wunderschöne Frau und noch dazu die intelligenteste Hexe, die ich kenne. Dann lass es uns doch einfach probieren. Wir wissen, dass da irgendetwas zwischen uns ist, aber wenn wir es nicht probieren, dann wird es uns immer im Kopf bleiben. Im Sinne von was wäre wenn? Verstehst du, was ich meine? Fred schaute sie an und sie konnte sehen, wie er darüber nachdachte. Letztenendlich nickte er nur stumm. Das brachte ihr ein breites Lächeln auf das Gesicht und mit einem Mal saß sie rittlings auf seinem Schoß. Diese schnelle Handlung und das Lächeln der Hexe zauberte auch ihm eins ins Gesicht. Ihre Lippen trafen wieder aufeinander. Diesmal war es intensiv und wild. Hermine steckte ihre ganze Zuneigung in den Kuss und ihre Zunge umschmeichelte seine. Beide stöhnten in den Kuss und Fred fuhr mit seinen Händen über ihren Rücken, bis er die Rundungen ihres Hintern erreichte. Dann knifferleicht in diese und Hermine stöhnte voller Lust in seinen Mund. Der Kuss wurde begierig und verlangend und Hermine fuhr mit ihren Händen immer wieder durch die wuscheligen roten Haare. Sie rieb sich auf seinem Schoß hin und her. Durch die Bewegung wurde sein Glied immer härter und pochte immer stärker gegen seine Hose. Mit einem Mal hob er sie hoch, sodass sie ihre Beine um seine Taille schlingen konnte. Er löste den Kuss und fragte mit seiner rauen Stimme »Schlafzimmer«. Sie löste eine Hand aus seinem Nacken und zeigte auf eine Tür in der Ecke. Während er sie dahintrug, fing sie an, seinen Hals mit sanften Küssen zu bedecken und leicht an ihm zu saugen. Er legte sie sanft auf dem großen Bett ab und gemeinsam verbrachten sie eine wunderschöne Nacht miteinander. Sie liebten sich erst wild und leidenschaftlich und dann zärtlich und gefühlvoll. Beide versuchten durch jede Berührung, jeden Augenkontakt einfach mit allem, was sie hatten und geben konnten, dem jeweils anderen ihre Zuneigung voll und ganz entgegen zu bringen. Kapitel 6 Krankmeldung Am nächsten Morgen wachten die zwei nackten Körper nebeneinander auf. Hermine kuschelte sich an den großen, warmen und muskulösen Körper und war einfach nur glücklich. Sie hatte förmlich das Gefühl, ihr Herz würde aus der Brust springen, doch das tat es nicht. Sie entschied sich für heute wirklich zu Hause zu bleiben und so stand sie kurz auf, um sich beim Ministerium krank zu melden. Hermine zog eine Feder und fing kopfschüttelnd an zu schreiben. Sie hätte nie gedacht, dass sie so etwas mal machen würde und doch saß sie jetzt dort und machte einen auf krank. Als der Brief fertig war, schickte sie den Brief per Eulenpost weg und dann kuschelte sie sich wieder in das warme Bett. Fred war in der Zwischenzeit nicht aufgewacht und murmelte daher nur ein wenig unverständliches Zeug, als sie sich wieder an ihn kuschelte und seinen Duft einatmete. Er rauch noch einem Mix aus fruchtiger Süße, welcher doch nicht zu aufdringlich war mit einer etwas rauchige Note. Sie liebte diesen Duft und schlief sogleich wieder ruhig ein. Ein Hämmern, dann noch eins. Hermine schrack auf und diesmal wachte Fred ebenfalls auf. Nach zwei weiteren Klopfern stand Hermine auf und zog sich ihren Morgenmantel über die nackte Haut. Es war gerade mal neun Uhr, wer konnte das sein? Normalerweise war sie um die Zeit schon bei der Arbeit, also wer konnte das sein? Sie öffnete die Tür und vor ihr stand Ginny mit einem Topf in den Händen. Ohne auf eine Aufforderung zu warten, trat sie ein und ging direkt in die Küche. Ginny, was machst du denn hier? Harry hat mir Bescheid gegeben, dass du dich heute krank gemeldet hast und dann wollte ich dir eine Suppe bringen und nach dir sehen. Ginny, das wäre doch nicht nötig gewesen, sagte Hermine verlegen und folgte ihr in die Küche. Doch, doch, wenn du mal krank bist, dann musst du dich doch jemand hegen und pflegen und ich mach das doch gerne. Dann kam ein Geräusch aus dem Schlafzimmer und Ginny's Kopf schnellte in die Richtung. Hermine, was war das? Hermine lief leicht rot an. Nichts, das war wahrscheinlich nur der Wind, ich hab das Fenster im Schlafzimmer aufgemacht für Frischluft, versuchte sie ihre beste Freundin abzuwimmeln. Ginny hob eine Augenbraue. Dann mach ich das mal zu und du legst dich auf das Sofa. Dann stapfte sie auch schon los in Richtung Schlafzimmer. Ginny, warte, ich mach das schon, rannte die Brunetti ihr hinterher. Doch da hatte Ginny auch schon die Tür zum Schlafzimmer geöffnet. Hermine wich alle Farbe aus dem Gesicht, als sie ebenfalls in das Zimmer trat und den nur mit einer Boxershorts bekleideten Fred neben ihrem Bett stehen sah. Freds Gesicht war ebenfalls bleich geworden, als sie seine Schwester sah, diese fing einfach nur an zu lachen. Dann drehte sich die Rothaarige um und verschwand durchs Wohnzimmer in Richtung Haustür. Hermine fing sich wieder und rannte schnell hinterher. Ginny, warte, das ist nicht so, wie es aussieht. Die jüngere Hexe drehte sich vor der Tür um, sodass Hermine fast in sie hinein lief. Ach, wie sieht es denn aus, witzelte Ginny. Also für mich sieht es so aus, als hättest du mit Fred sehr viel Spaß gehabt und ich hoffe für euch, dass es noch mehr wird. Dann ging sie aus der Tür und rief noch zu Hermine. Ach, und ich sag natürlich nichts. Mit einem Zwinkern und Lächeln apparierte sie weg. Hermine starrte einfach nur auf den Punkt, an dem ihre beste Freundin eben noch stand, als sie ein warmer Körper nach hinten wieder in die Wohnung zog. Warme Lippen drückten sich an ihren Hals und fragten knurrend, und? Was hat sie gesagt? Hermine löste sich aus ihrer Starre und sagte grinsend, sie wünscht uns noch mehr Spaß. Dann küssten sie sich und Hermine führte mit einem strahlenden Lächeln den mit nur Boxershorts und offenem Hemd bekleideten Fred wieder zurück in ihr Schlafzimmer. Kapitel 7 Bekanntmachung Es war fünf Monate her, seit sie zusammen ihre erste Nacht verbracht hatten. Auf diese eine folgten noch viele weitere. An den Sonntagsessen verhielten sich die beiden Verliebten normal, zumindest versuchten sie es. Sie unterhielten sich ein bisschen, aber zeigten sonst keine Zuneigung füreinander. So hatten sie es abgemacht, keiner sollte etwas erfahren, solange sie nicht sicher waren, dass es auch wirklich was Ernstes und Langfristiges war. Und nun war es soweit. Am vorherigen Samstag hatten sie beide sich hingesetzt und geredet. Am Ende des Abends waren sie zu dem Entschluss gekommen, es am nächsten Tag beim Essen der restlichen Familie zu erzählen. Die drei kleinen Worte hatten sie schon vor ein paar Wochen gesagt und so wollten sie ihre Liebe dann auch öffentlich machen. Ginny hatte nichts mehr dazu gesagt. Sie hatte zwar geahnt, dass die beiden eine Beziehung hatten, aber offiziell wusste sie es auch nicht. Und so saßen die beiden sich nun gegenüber an ihren üblichen Plätzen am Familientisch der Weasleys. Hermine schaute Fred zwischen dem Hauptgericht und dem Nachtisch tief in die Augen und nickte ihm zustimmend zu. Ähm, räusperte sich der Zwilling und bekam dadurch die gesamte Aufmerksamkeit des Tisches. Ich möchte und muss euch etwas sagen. George schaute ihm stöhnrunzelnd an, da selbst er keine Ahnung hatte. Ich habe eine Freundin. Molly sprang vor Freude auf und ging schnell zu ihrem Sohn. Ach, das freut mich ja so, mein Junge. Wer ist sie? Kennen wir sie? Bringen sie doch das nächste Mal zum Essen mit. Mom, bitte. Ist ja nicht so, als ob ich nicht erst Mitte 20 wäre und ein sehr erfolgreiches Geschäft habe, worauf man stolz sein kann? Ach, Fred, sei doch nicht so. Du weißt, dass ich mir doch nur Sorgen mache und will, dass all meine Kinder glücklich sind. Also, jetzt sag schon, wer ist sie? Mom, du willst doch nur viele Enkelkinder haben. Aber ja, du kennst sie. Ihr alle kennt sie und ich denke nicht, dass ich sie nächste Woche mitbringen werde. Die ganze Familie schaute sich daraufhin fragend an. Und wer ist sie nun? fragte nun George ungeduldig. Es ist... Er schaute verliebt zu Hermine. Hermine. Vereinzelnd klappten die Münde auf. Nur Molly strahlte über beide Ohren. Das ist ja wunderbar. Hermine, Liebes, es freut mich so. Ich hatte ja schon immer gehofft, dass du mal wirklich meine Tochter wirst. Ach, ich freue mich einfach so. Mom, nur weil wir zusammen sind, heißt das nicht, dass wir gleich heiraten. Hermine musste schmunzeln. Dann meldete sich George zu Wort. Er sah gekränkt und etwas bedrückt aus. Seit wann läuft das schon? Fred sah seinen Zwilling an und merkte sofort, dass er betrübt darüber ist, dass er es erst mit dem Rest der Familie erfährt. Seit fünf Monaten. George stand auf und ging in den Garten, während der Rest die beiden mit offenem Mund ansahen. Geh schon, munterte Hermine ihren Freund dazu auf, seinem Bruder hinterher zu gehen. Fred machte sich auf und so begannen die anderen Hermine auszufragen. Ginny lächelte und freute sich endlich auf, mit Hermine über ihre Beziehung reden zu können. Während Hermines Verhör hatte Fred mit George geredet. Dieser war enttäuscht und auch wütend auf seinen Zwilling. Fred, fünf Monate und du hast keinen Ton gesagt, ließ er seine Wut aus. Ich bin dein Zwilling. Du hättest mir zumindest sagen können, dass du jemanden kennengelernt hast oder so, aber nicht mal das. Vertraust du mir wirklich so wenig? George, ich vertraue dir mehr als jedem anderen, aber es ist, dabei wuschelt er sich durchs Haar, es ist so, dass wir es erst mal gucken wollten, was das wirklich ist und dabei fiel ihm sein Bruder auch schon ins Wort. Und das braucht fünf Monate. So lange haben wir nicht mal überlegt, die Schule abzubrechen. So lange haben wir nicht mal überlegt, die Schule abzubrechen. Beim letzten Satz wurde George's Ton auch schon eine Spur sanfter. Wir wollten halt auf Nummer sicher gehen, weißt du, sie ist wirklich was Besonderes. Dann fiel bei George der Groschen und er schaute ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Du liebst sie? Darauf konnte Fred nur noch nicken und wurde dann auch sogleich in eine feste Umarmung gezogen. Kapitel 8 Unterm Pavillon Es war ihr vierter Jahrestag und Fred hatte etwas ganz Besonderes geplant. Er hatte sich mit seiner Schwester zusammengetan, um den perfekten Abend zu arrangieren. Er wollte Zweisamkeit und Romantik, daher arrangierte er ein schönes Essen. Ein wunderschöner Garten mit einem Pavillon, der mit Rosen und Lichterketten geschmückt wurde. Fred hat Termine gebeten, sich etwas Schönes anzuziehen und nun stand sie da, eingehakt in seinem Arm, mit einem himmelblauen Kleid, strahlendem Lächeln und funkelnden Augen. Er neben ihr in einem dunkelblauen Anzug. Er rückte ihr den Stuhl zurecht und gemeinsam aßen und tranken sie köstliches Essen und Wein unter dem Pavillon. Nachdem die beiden sich eine Creme Brûlée geteilt hatten, nahm Fred ihre Hand, die auf dem Tisch lag und streichelte sie leicht. Du, Mina, ich liebe dich und ich bin so glücklich mit dir wie nie zuvor. Seit du mehr in meinem Leben bist, hast du mich vollkommen um den Verstand gebracht. Vor drei Jahren hast du dann auch meine bzw. unsere Wohnung vollkommen auf den Kopf gestellt und das Schlimmste daran ist, es gefällt mir so viel besser. Deine Bücher und Unterlagen, die überall herumliegen, die frischen Blumen auf dem Esstisch oder die immer schlafende Frau, welche auf oder unter Büchern begraben liegt. Du hast mir das alles gegeben und ich möchte noch so viel mehr davon. Für den Rest meines Lebens. Deswegen frage ich dich hiermit. Er stand auf, ging um den Tisch, um dann ein kleines Kästchen aus seiner Hosentasche zu ziehen. Langsam ging er auf die Knie. Hermine Jean Granger, möchtest du den Rest deines Lebens mit mir als deinem Ehemann an deiner Seite verbringen und meine Ehefrau werden? Die Schatulle öffnete sich und zum Vorschein kam ein goldener Regen mit einem kleinen Diamanten. Hermine traten die Tränen in die Augen und sie fing langsam an zu schluchzen und zu zittern. Ja! 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 Fred! Sie schlang ihre Arme um seinen Hals und erzog sie mit sich hoch, die Arme hinter ihrem Rücken verschränkt und drehte sich überglücklich im Kreis. Nach einigen Sekunden kicherte Hermine. Schatz, bitte hör auf! Es dreht sich alles! Bitte bleib stehen! Er stoppte und setzte sie langsam auf ihre Füße ab. Dann küsste er sie. Ich liebe dich, Hermine Jean Granger. Und ich liebe dich, Fred Weasley. Dann streifte er den Ring über den Finger. Kapitel 9 Der Tag der Tage Hermines Herz schlug stark. Heute war es soweit, nicht mehr lange und sie würde keine Granger mehr sein. Die Sommersonne schien durch das Fenster, sie spielte mit ihrem Verlobungsring, den sie nun seit über einem Jahr trug. Ginny sprang um sie herum, machte Haare und ein dezentes Make-up. Hermines Puls wurde immer schneller und Molly brachte ihr ein Glas Wasser. Danke. Ach, Liebes, ich weiß noch, wie es bei meiner Hochzeit war. Da braucht die Frau mal etwas Stärkeres, grinst ihre zukünftige Schwiegermutter. Hermine trank einen großen Schluck und verstand erst dann, was sie damit meinte. Es war Wodka. Purer Wodka. Am liebsten hätte sie ihn wieder ausgespuckt, aber dann würde sie Ginny direkt ins Gesicht spucken, die gerade den letzten Schliff des Make-ups machte. Da ran schon die ersten Tropfen ihre Kehle herunter und es beruhigte sie tatsächlich etwas. Das Kleid war umwerfend, mit weißer Spitze verziert in einem Prinzessinnen-Schnitt. Mit langsamen Schritten schritt die Braut am Arm von Harry über den Teppich, der auf dem Rasen vor dem Fuchsbau ausgerollt war. Sie strahlte, ihr Blick auf den Mann vor ihr gerichtet. Fred drehte sich um und sah ihr zu, wie sie auf ihn zuschritt. Sein Lächeln strahlte stärker als die Sonne hinter ihm. An seiner Seite George, Charlie, Bill und auch Percy. Ihnen gegenüber standen als Hermines Trauzeugen Ginny, Luna und Ron. Harry hatte sich sicher zum Altar abgeleitet und übergab ihre Hand in die Freds. Harry beugte sich vor und sprach zu ihm, Wenn du ihr wehtust, dann Gnade mir, Merlin, denn das, was ich dann mit dir anstelle, ist viel schlimmer als das, was Voldemort abbekommen hat. Harry entfernte sich mit einem Grinsen von Freds Ohr, dieser ebenfalls grinste und seinem Schwager noch auf die Schulter klopfte. Dann wandte sich der Bräutigam wieder seiner Brau zu und gemeinsam drehte sie sich zum Gesandten vom Ministerium. Liebe Hexen und Zauberer, heute haben wir uns hier versammelt, um die Verbindung dieser beiden Menschen zu feiern. Daher frage ich nun Sie, Mr. Hermine Jean Granger, wollen Sie mit dem hier anwesenden Fred Weasley die Verbindung der Ehe eingehen? Hermine antwortete ohne zu zögern, Ja, ich will. Dabei schaute sie nur in die leuchtenden grünen Augen von Fred. Gut. Und Sie, Mr. Fred Weasley, wollen Sie mit hier der anwesenden Hermine Jean Granger die Verbindung der Ehe eingehen? Ja, ich will. Bei seinen Worten entkam Hermine ein leises, freudiges Quieken, was nur Fred hören konnte. Nun, dann, dann reichen Sie sich die Hände. Dies taten die beiden und der Mann sprach einen Zauber, dabei umschlungen goldene Fäden die Hände und wanderten die Arme hoch, bis sie die Herzen erreicht hatten. Dann erloschen die Fäden und sie drangen in sie ein, in ihr Blut, ihr Fleisch und ihre Seelen. Nun waren sie verbunden bis zum Ende ihres Lebens. Für immer. Und sie küssten sich. Kapitel 10 Pancakes zum Frühstück Fred wachte auf, wie schon seit ein paar Tagen alleine. Eigentlich konnte sie länger schlafen als er, doch in den letzten Tagen wachte sie immer früher auf und verbrachte dann die Zeit im Badezimmer über der Toilette. Er konnte sie wieder hören, wie sie sich in die Schüssel übergab. Dann sprang er aus dem Bett und ging mit schnellen Schritten ins Bad, um ihr die Haare zu halten und über den Rücken zu streicheln. Alles wird gut, mein Schatz. 20 Minuten später war sie aufgestanden und hatte sich ihren Mund und Gesicht gewaschen. Oh Liebling, ich liebe dich, aber weißt du, ich, ich muss dir was sagen. Er streichelte ihr wieder über den Rücken. Fred, ich, ich glaube, ich bin schwanger. Er hielt in der Bewegung inne. Hatte sie das gerade wirklich gesagt? Sie hatten noch nicht darüber geredet, wann sie Kinder haben wollten, nur dass sie Kinder haben wollten, da waren sie sich sicher. Doch nach knapp zwei Jahren Ehe wäre er bereit, seine Hermine auch zu teilen, vor allem, wenn es sein Kind ist, mit dem er sie teilen müsste. Was? Ich glaube, ich bin schwanger. Aber ich weiß noch nicht sicher, ich bin anderthalb Wochen überfällig und, und dann ist da noch das mit der Übelkeit. Das, das ist ja wundervoll, schreitete der Rothaarige sie an und dann küsste er sie voller Liebe und Zuneigung. Völlig außer Atem lösten sie sich voneinander. Fred, ich weiß es nicht ganz sicher. Dann lass uns jetzt sofort einen Test machen. Ich will es hundertprozentig wissen. Und dann wird mein Glück noch größer und mehr. Dabei strichelte er Sahnenfüge über den Bauch. Na dann, lass uns einen Test besorgen. Nein, nein, ich hole den Test und du legst dich nochmal hin. Fred schob sich in Richtung Bett und bedeckte sie mit der Decke. Dann zog er sich an und machte sich ohne Umschweife auf den Weg in die nächste Apotheke. Dort holte er einen Schwangerschaftstrank. Die Kassiererin musterte ihn von oben bis unten. Darf es sonst noch etwas sein? So? Nein, danke. Dann bezahlte er und ging sofort wieder in die Wohnung über dem Laden. Schatz, ich bin wieder da. Hier. Ich konnte nicht still sitzen und jetzt habe ich Pancakes gebracht. Mina, du solltest doch im Bett bleiben. Er ging in die Küche und umarmte sie von hinten. Dann hielt er ihr den Trank hin. Hier. Weißt du, wie das geht? Sie nahm ihm die Fiola aus der Hand und ging zielstrebig ins Bad. Ja, das weiß ich. Dann streckte sie ihm die Zunge heraus. Im Bad angekommen entkorkte sie das erste Fläschchen, eine Hälfte goss sie in ein Gefäß und die andere direkt in ihren Mund. Dann wartete sie ein paar Minuten und hatte dann den Drang zu pinkeln. Sie nahm das Gefäß mit der anderen Hälfte des Drangs und pinkelte ein paar Tropfen in dieses. Dann musste sie 20 Minuten warten. In denen ging sie nochmal in die Küche, um ein Pancake zu essen. Jetzt noch 20 Minuten warten und wir wissen es. Kannst du bitte einen Timer stellen? Fred wedelte mit seinem Zauberstab und vor ihm erschien die Zahl 20 in leuchtenden Schrift und zählte runter. Nach drei Sekunden verschwand die Schrift und das Ehepaar konzentrierte sich auf ihr Frühstück. Sie aßen im Schweigen, die Spannung war deutlich fühlbar. Ping, 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 ping. Fred stoppte das lästige Geräusch und dann sahen sie sich an. Er erhob sich und zog sie mit. Gemeinsam gingen sie in das Bad und sahen in die Schale. Es war eine grüne Flüssigkeit zu sehen. Das heißt, wir bekommen ein Baby, rief der Ältere gefreut aus. Hermine nickte eifrig und grinste in das glückliche Gesicht ihres Ehemanns und der Vater ihres zukünftigen Kindes. Dann schüttelten die beiden eine weitere Fiole in die Schüssel und die Flüssigkeit färbte sich pink. tights und glückliche Wir sehen uns